Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Hypixel Skyblock und sorry für die lange Pause. Es wird auch nur eine Kurzfolge, hier nur ein kurzer Überblick, was der aktuelle Status ist. Ich war jetzt ein bisschen ausgefallen aufgrund von Erkrankungen im Hals, Erzündungen im Hals und jetzt noch ein bisschen in der Wange. Er kann also nicht so viel aktiv sprechen, will aber wenigstens mal ganz kurz einen Zwischenstand geben, was in der Zwischenzeit passiert ist, seit der letzten Aufnahme. Und im Grunde nicht viel, ich bin einfach nur eingelog regelmäßig, hab halt eben meine Minions geöffnet und hab denen jetzt dann die Steine entfernt. Und angefangen halt eben dann die super Kompaktoren zu bauen, dass die jetzt dann entsprechend dann auch nicht mehr so viel Schwund haben. Denn das war tatsächlich ein echt großes Problem. Also der Schwund, der Schwund war echt heftig. Ich könnte jetzt mal gucken hier, also ich hab jetzt hier die 10, die haben ja 10 Minions, habe ich schon versorgen können mit einem super Kompaktor. Das heißt, die machen jetzt die Arbeit einfach, die machen jetzt einfach wieder Zeug und da geht auch nichts mehr verloren. Das ist schon mal sehr praktisch an der Stelle. Aber wenn wir mal gucken, hier hinten bei dem zum Beispiel, der hat jetzt nur noch keinen drin. Und der hat jetzt bisher schon verkauft 36, also fast 37.000 Steine. Und wenn wir das mal kurz mal so anschauen, 37.000 mal 15, das wären eine halbe Million Steine, die der quasi verballert hat in dem Fall. Und wenn wir das jetzt durch 160 rechnen, wären das jetzt schon mal 3468 Dings. Und das mal durch 64 nochmal nehmen. Also 54 Stacks, 54 Stacks Enchanted Cobblestone sind verloren gegangen oder wären verloren gegangen, wenn die alle noch keine Dings hätten. Das heißt also, die Compacting Upgrades sind hier eine ganz, ganz, ganz große Hilfe. Um halt eben dafür zu sorgen, dass die Steine eben nicht mehr ins Nirvana wandern oder für billig, für einen halben Coin verkauft werden. Sondern halt eben, dass die wirklich dahin gehen, wo sie hingehören. Nämlich in die verzaubertete Variante. Und ja. Ich habe jetzt auch wieder die Redstone-Mans aufgestellt, weil der Redstone wurde langsam wieder knapp. Jetzt, wo jetzt auch mehr Cobblestone-Mans da sind, die halt eben durchweg die Cobblestone generieren können und nicht verkaufen. Gleichzeitig setzt sich das jetzt wieder so ein bisschen aus. Und wir haben da auch entsprechend genug Material, um den verzauberten Redstone herzustellen. Und wir haben sogar, nee, das wird der normale Kompaktor. Für den nächsten super Kompaktor rechts glaube ich noch nicht aus. Ja, da fehlt da ein bisschen was. Hier nochmal kurz nochmal beigehen. So. Nummer 26 dazu. Und ja, dann haben wir schon mal fast die Hälfte wieder von dem nächsten Superkompaktor am Start. Und so nach und nach werde ich halt eben das jetzt alles auffüllen mit den Superkompaktoren. Auch dann die Redstone-Mans logischerweise. Dann kriegen die den normalen Kompaktor raus und dann wird halt eben der Superkompaktor reingepackt. Weil es halt eben noch mehr Platz spart. Und dann können wir uns wieder anderen Sachen zuweigen, zuwenden. Wenn ich ja wieder mehr Zeit habe, da entsprechend Sachen zu machen und es mir besser geht, um auch entsprechend Aufnahmen zu machen. Ansonsten habe ich, äh, guck mal, habe ich noch ein Dings da, noch ein Superboom. Ja, nice. Gehen wir ganz super zu Fecho dann einfach mal und holen uns mal dort die Tagesquest ab. Auch das habe ich fast regelmäßig gemacht und habe auch inzwischen einiges wieder an Encharted Mithril da. Das heißt, wir haben auch bald genug für den, ähm, bald genug für unseren Freund die Heilskette. Aber die Heilskette möchte ich logischerweise nicht verwenden für irgendeinen Minion, sondern, wenn es geht, für das Amadillo. Aber ich glaube, da brauche ich halt noch ein bisschen mehr, ähm, ups. Äh, brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit, für was ich den kriege. Komm mal her, zack. Genau, der wird kein Boom haben. Dankeschön. Auch kein Mann mehr. Ähm, ich habe auch regelmäßig meine Tagesquests gemacht hier, meine, äh, Herz des Bergesquests, die Commissions, so gut es eben ging. Ähm, habe damit auch letztendlich dann die Level nach oben gepusht, damit ich meine Verzauberungsgeschichte machen kann. Oh, Better Together, nice. Das ist ja praktisch gerade. Äh, da drüben. Und tschüss. Und habe halt so dafür, dass ich halt regelmäßig dann auch mein Herz des Berges weiter ausweiten kann. Und bin jetzt auch schon recht gut dabei. Sind jetzt dabei, ja, fast bei Stufe 6. Und habe jetzt auch schon hier 35 Level im Efficient Miner drin, zum Beispiel, wodurch jetzt schon ordentlich, äh, was dann extra metrige Miner wird, oder auch eben Titan in dem Fall. Die neue Picke habe ich noch nicht gemacht, aber das wird auf jeden Fall mal Zeit, sobald ich halt eben das, das Titan dafür da habe. Da bin ich jetzt bei aktuell, lass gucken, Titan, äh, da. Ja, 7.000, ich glaube, ich brauche 7.400 oder sowas. Das haben wir auch bald schon zusammen, um da dann die nächstgrößere Variante zu bauen von dem, ähm, von dem Ding. Oh, das sind sogar einige Leute hier, das ist praktisch. Ich brauche Lavasprings, Titanium, okay. Ähm, gibt's hier keiner? Nicht so aus, warte an. Okay. Ja, komm, wir mal hier. Ähm, schön ist immer, wenn du Quests hast, wie zum Beispiel, meine, 53 Titanium, ähm, Mitril, irgendwo. Und dann halt eben meine 10, ähm, Titanen hier, hier oder da. Da kannst du die halt wunderbar kombinieren, oder auch sogar in derselben Ecke, wenn's geht. Am liebsten mag ich die Raffle-Quest-Commission, weil, wenn du die hast und die, äh, Raffle ist gerade, also das, 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 das Lostings nimmst du, nimmst du eh mit. Das sind 2 Minuten von deiner Zeit, und dafür kriegst du halt eben wieder auch ordentlich XP für den Herz des Berges, mit einer Chance auf 3 mal so viel. Also, das ist auf jeden Fall ein dicker Win. Der Goblin-Raid selber ist schwierig, weil der wird meistens nicht fertig. Das heißt, in dem Fall bekommst du nur einen kleinen Bruchteil von dem, von dem Zeug. Aber es lohnt trotzdem, damit damit zu hängen, wenn du genug, ähm, Verteidigung hast. Und vor allem, wenn es deine Vermischtung ist, wie jetzt gerade bei mir. So. Inzwischen geht es meinen auch schon mal deutlich schneller jetzt schon. Ich hab jetzt auch ein bisschen Mining-Speed geskillt. Ich renne immer noch mit der Rüstung rum hier, weil die ist halt tatsächlich besser. Ich hab noch keine weiteren Jockse gekillt. Dementsprechend ist auch das noch nicht wirklich hilfreich. Das heißt, aktuell bleiben wir bei der Glace. Also, ich bin überrascht, wie lange diese Glace-Rüstung durch sich hält. Und vor allen Dingen den Verdeicht dazu, wie einfach hier zu bekommen war. Und dann noch mal vier. Ich weiß, was man sich die ganzen, nicht die ganze Quäste, wir gehen auch komplett. Danke. Ich mach's nicht die ganzen, nicht die ganzen Commissions hier, sondern immer so die eine. Und dann gehen wir noch mal nach Hause und machen da dann das Entscheidende Dingens. Das ist so mein üblicher Tagesablauf. Also einloggen, Minions leer machen, die Commissions machen, mit der XP dann den Experimentation-Table nutzen. Und dann halt eben am Tag zweiter mal noch einloggen, um entsprechend dann die Minions wieder leer zu machen. Gerade die Cobblestone-Minions, die dann doch schnell wieder voll werden. Gibt's da noch irgendwelche Tage? Jetzt mal so, also jetzt an die Community gefragt. Gibt's da noch irgendwelche Tages-Quests, irgendwelche Sachen, die ich eigentlich noch machen sollte, die ich aktuell nicht mache? Oder ist das also, ist das der Garten vielleicht? Aber da muss ich noch viel mehr machen, deswegen hab ich die noch komplett ignoriert. Aber ich glaube, am Nutzten gibt's da nicht groß irgendwie was, oder? Nur auf die Events achten, regelmäßig. Jetzt hab ich letztens die Neujahrs-Events. Ich hab letztens wieder ein... Oh, da oben ist Titan. Da oben ist Titan. Hi. Wenn das keiner will. So genau, oder? Nö. Dann gönnen wir uns das mal. Kommission ist fertig. Ja, lassen wir den Rest für die anderen, die es noch brauchen, eventuell. So, kommission fertig. Das war Titanium. Und hier sieht man auch schon, die Commissions bin ich auch gut dabei. Bei den 250, ich glaube, das ist schon der letzte Schritt, oder? Nee, da gibt's noch mehr, okay. Okay, 57 wäre der letzte, okay. Okay. Dann, ab zur Insel. Und dann haben wir ganz kurz noch den Experimentation-Table gemacht. Ich hoffe, ich kann so wieder regelmäßige Videos machen, aber die Videos werden jetzt auch nicht mehr täglich kommen können, weil es ist einfach nicht genug Content da dafür, dass ich das wirklich täglich machen kann, sondern der Progress ist jetzt schon so weit verlangsamt, dass es pro Tag nicht mehr so viele Upgrades gibt. Das heißt, es wird jetzt noch ein zäher Marathon, deswegen denke ich mal so drei, vier Videos die Woche vielleicht, aber auf keinen Fall mehr täglich. Ich könnte noch ein bisschen mehr mit den Rissen machen, da habe ich noch gar nichts gemacht. Ich war immer nicht auf der Crimson Isle, da ist immer noch was zu tun. Von daher gibt's auf jeden Fall noch mehr als genug Content, den ich zeigen kann und möchte. Aber halt eben, das wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich da wirklich ankomme, wo ich hin möchte. Und dann einmal hier drüben. Jetzt ist das Musikrätsel wieder. Das ist so billig, ne, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Neu-Add-on ist das so super billig hier. Also, wenn du nicht völlig übermüdet wild dagegen rumklickst, dann ist das Ding ein absoluter No-Brainer. Und zieht sie halt nur ein bisschen hin jeweils. Ich gebe jetzt immer auf neun bei dem Musikrätsel hier, weil dann kriegst du da zwei Klicks und sieben Punkte bei dem anderen Rätsel. Dann gibt's da nochmal zwei Klicks, sag mal so plus vier Klicks für das Haupträtsel nachher. Und die brauchst du aber auch. Also, ich habe es bisher noch nicht geschafft, das Rätsel oder das Memory-Spiel, ach Nase, das Memory-Spiel komplett aufzudecken. Warte, ne, 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 das macht's so puppeleinfach. Ich finde es gut, dass wir es haben, aber ich kann es, ich, 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 ich bin überrascht, dass es noch nicht irgendwie unterdrückt oder verboten wurde. Weil das ist schon ein bisschen Bisschen sehr die Spielmechanik raus, finde ich Okay, da haben wir hier zwei Zack Dann einmal hier drüben Das ist jetzt genauso simpel Also ohne Neustell, ich meine das hier extrem schwierig vor Also noch schwieriger als das Musikrätsel Mit Neustell ist das ja noch einfacher So, da haben wir sieben Und damit ebenfalls Plus zwei Klicks Und jetzt Die Super Pairs Legen wir los Was haben wir? Oh nice, Instant Power Perfekt Okay Oh boy, jetzt wird's dann so doof Nice Nice Ach shit, okay, den hatten wir schon mal Okay, jetzt habe ich nur drei Klicks Nur drei Pairs, ne, oder vier Drei, na gut Aber wir kriegen nochmal 15 Experience Bottles dazu Also mehr Bottles, als wir verbraucht haben Wo wir da 100 zu kommen Das heißt, da haben wir sogar auch Plus gemacht Plus natürlich die Enchanting XP Um dort entsprechend weiter zu leveln Und ja, wie gesagt Das war so mal kurz der Der schnelle Tagesdurchlauf Ding zu machen Und Ich ziehe es jetzt so weiter durch Und dann gucken wir mal Dass wir bald mal wieder Neuen Content zeigen können Wie gesagt Ich hoffe auf Sagen wir zwei, drei Videos die Woche Das ist glaube ich realistisch Wo ich dann halt zeige Wie weit ich gekommen bin Was wir mal neu jetzt machen können Vielleicht das halt die Heilskette machen Vielleicht dann doch mal die Jocks angehen oder so Oder ein bisschen mehr den Schaden pimpen Keine Ahnung Da bin ich noch unentschlossen Das war nur ein kurzer Einblick hier von wegen Hey Ich bin auch da Das zählt auch nicht zu den 100 Folgen Das ist nur so eine Zwischenfolge Okay Also das ist jetzt keine von den 100 Folgen Sondern das ist einfach nur so mal Was zwischendurch Das soll es auch für die Folge gewesen sein Ich hoffe ihr seid noch mit am Start Und Habt noch mehr Habt noch Freude an der Serie Und wie üblich Wenn dir das Video gefallen hat Gerne damit zu subscriben Oder links rechts auf die Videos klicken Da gibt es ein bisschen mehr von mir Und wir sehen uns in der nächsten Folge Wieder bis dahin Tschüss Tschüss Vielen Dank.